Endlich wieder auf dem Platz. Es ist schon fast die vierte Woche, dass ich raus bin wegen dieses Verletzungsgesprungen. Jetzt hat mich ein bisschen gefreut, einen ersten Teil mit der Mannschaft zu machen. Das ist gut, das ist nicht für mich gut. Gott sei Dank habe ich nicht viel verloren. Ich bin fit. Natürlich ist es, wenn du so drei Wochen nichts machst auf dem Platz, ist es ein bisschen anders. Das haben wir gut aufgebaut mit Thomas Wilhelm. Und dann läuft es gut. Ich denke, ich bin bereit für nächste Woche. Morgen mache ich ein bisschen mehr mit der Mannschaft. Heute war nur ein bisschen das erste Mal, dass ich mit dem Trainer wieder auf dem Platz traine. Das ist gut für morgen. Ein bisschen mehr machen. Wenn ich mich gut fühle, dann kann ich weitermachen und nächste Woche einsteigen mit der Mannschaft. Normalerweise habe ich nie Probleme. Gott sei Dank habe ich keine muskuläre Probleme. Wir haben nie meine Karriere gehabt. Das war nur wegen dieser Szene, dass wir Leben gegen Leverkusen leben. Aber es ist gut. Ich freue mich. Das ist mein Leben, mein Beruf. Und ich freue mich. Ich bin sehr glücklich, wieder auf dem Platz zu sein. Und jetzt bereiten wir, trainieren wir, geben wir wieder Gas. Weil wir müssen jetzt wieder gewinnen. Und jetzt bereiten wir können, kurz zu warten. Wenn ich ein Veränderung brauche an, müssen wir riverspится sein. Und dann甚至 nein wir wieder diskutieren. Und in der nächsten Woche will ich Nick Stadt��da de formed SAPE weiter Rufe. Aber es wird Glück, dass wir noch Olibles auf院�brennt haben. Untertitelung des ZDF, 2020